Ja, vielen Dank. Wie gesagt, Stefan Wehrmeier heiße ich und ich arbeite für die Open Knowledge Foundation und für die habe ich das Portal Frag den Staat entworfen und betreibe das auch als Projektleiter. Nebenbei mache ich noch so Sachen wie das Bundesgift, vielleicht habt ihr das ja schon mal gehört. Falls ihr Sticker wollt, wir haben welche mitgebracht, kommt einfach zu unserem Talk, der am vierten Tag abends stattfindet. Die Open Knowledge Foundation ist eine gemeinnützige Organisation. Wir machen Projekte im Bereich Open Data, Open Government und wollen offenes Wissen fördern. Dazu haben wir zum Beispiel hier den offenen Haushalt gebaut, also eine Haushaltsvisualisierung. Wir betreiben das offene Parlament auch, um den Bundestag ein bisschen transparenter zu machen. Und wir haben auch etwas gestartet, das nennt sich Stadt-Land-Code. Das ist ein Inkubator für Bürgerwerkzeuge. Also wie können wir Hacker dazu bringen, Anwendungen wie zum Beispiel Frag den Staat zu bauen, um die Interaktion zwischen Bürger und Staat einfacher zu machen. Aber heute geht es jetzt hier um Informationsfreiheit. Wer weiß denn hier, was Informationsfreiheit ist? Okay, da sind da so ein paar Hände, da so ein paar. Alles klar, Informationsfreiheit. Ich habe hier mal eine Definition mitgebracht. Normalerweise wird Informationsfreiheit auch sehr lose benutzt, irgendwie die Freiheit aller Daten oder ein bisschen esoterisch angehaucht. Aber ich sage, Informationsfreiheit ist das voraussetzungslose Recht aller Bürger auf Zugang zu Informationen der Verwaltung. Gut, das klingt sehr gut. Und als Bürger hat man also dann Zugriff auf Informationen der Verwaltung, ohne letztlich eine besondere Berechtigung haben zu müssen, ein besonderes Anliegen zu haben. Es ist voraussetzungslos und es gilt für alle Bürger. Das klingt sehr einfach. Mal schauen, wie Deutschland das so umgesetzt hat. Deutsche Informationsfreiheit ist nämlich leider dann doch etwas komplizierter. Das Recht, es gibt da verschiedene Gesetze für die verschiedenen Informationen, das Informationsfreiheitsgesetz, IFG, für allgemeine amtliche Informationen, das UIG, das Umweltinformationsgesetz für umweltbezogene Informationen und das VIG, das Verbraucherinformationsgesetz für verbraucherbezogene Informationen. Also es ist ja erstmal schon mal komisch, dass man da drei Gesetze hat für die unterschiedlichen Informationen. Aber dann gibt es natürlich auch noch verschiedene rechtliche Zuständigkeitsbereiche zwischen Bund und Ländern. Dann Unterschied zwischen öffentlicher und nicht öffentlicher Verwaltung. Also man kann zwar Behörden anfragen, wie Bundesministerien und so weiter. Man kann aber auch die nicht öffentliche Verwaltung anfragen. Also die Verwaltung, die letztlich nur öffentliche Aufgaben wahrnimmt, aber zum Beispiel einfach eine private GmbH ist. Sowas ist auch anfragbar, aber da gelten dann gegebenenfalls besondere Regeln. Dann der Zugang. Er kann antragsbasiert sein oder antragslos. Das ist das Pull und Push, was wir vielleicht kennen. Dann gebührenfrei oder gebührenpflichtig. Dann kann es eine Auskunft sein, eine Einsicht oder auch eine Übersendung von Kopien. Gerne auch elektronisch. Das kann elektronisch und schriftlich sein. Und wenn man etwas elektronisch empfängt, dann muss man nicht glauben, dass es unbedingt maschinenlesbar ist. Dann kann das halt auch der Scan eines Ausdrucks einer Excel-Tabelle sein. Das ist oft genug passiert. Das ist also schon etwas komplizierter. Aber wie machen wir das einfacher? Mit Frag den Staat. Frag den Staat macht Anfragen nach den Informationsgesetzen einfacher und veröffentlicht die Korrespondenz mit den Behörden. Wir haben hier also eine Webseite, über die man diese Anfragen stellen kann und die diese Anfragen und die Antworten auch veröffentlicht. Frag den Staat, dann gehen wir da mal hin. Das sieht so aus. Hier unten haben wir zum Beispiel gerade erfolgreiche Anfragen und abgelehnte Anfragen. Die letzten, aktuellen dazu. Hier eine aus Hamburg, dann eine aus Nordrhein-Westfalen. Jetzt gucken wir uns hier. Hier hat man so eine Liste dieser Anfragen. Da kann man filtern nach Anfrage erfolgreich oder anderen Zuständen. Man kann nach Bund, Berlin, zum Beispiel Hamburg filtern. Wir sind ja gerade in Hamburg. Guck mal, die ganzen Hamburg-Anfragen. Aber man kann auch Anfragen stellen. Und ich denke mir, das sollten wir einfach direkt mal machen, um euch zu zeigen, dass es wirklich nicht schwer ist, eine Informationsfreiheitsanfrage zu stellen. Die erste Frage, die man sich natürlich stellt, wenn man so eine Anfrage stellen will, was möchte ich denn überhaupt wissen? Und ich denke, ihr surft ja auch irgendwie ab und zu mal auf so seriösen Nachrichtenseiten. Ich habe hier ein paar Mal aufgemacht. Spiegel Online, Zeit, Fefe, Tagesschau. Und Tagesschau ist mir letztens so etwas aufgefallen. Aha, Herr Rösler will Staatsbeteiligung versilbern. Der Staat muss sich aus Wirtschaftsunternehmen und Finanzinstituten zurückziehen, zitiert die Tageszeitung Die Welt aus einem Positionspapier des Ministeriums. Das finde ich immer am besten, wenn Journalisten aus Positionspapieren zitieren, aber die selber dann nicht veröffentlichen. Dann bleibt es irgendwie am einfachen Bürger hängen, sich da was zusammenzureimen. Oder wir können einfach dieses Positionspapier mal anfragen. Dann, aha, der Rösler ist also das Wirtschaftsministerium. Dann gehen wir mal hier hinten zurück und suchen mal hier nach Wirtschaft. Und dann haben wir hier das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Genau. Und dann haben wir hier eine kleine Anti-Troll-Frage. Und das heißt, was wollen wir? Das Ganze hieß, das Positionspapier zum Verkauf von Staatsbeteiligung. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und das schreiben wir jetzt einfach hier rein. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte senden Sie mir Folgendes zu. Das Positionspapier zum Verkauf von Staatsbeteiligung. Siehe und dann habe ich noch den Tagesschau-Link herangepackt, damit die auch genau wissen, dass ich nicht das Positionspapier von den 60ern meine, sondern das aktuelle. Und warum will ich das persönlich wissen? Ja, ich glaube, also Privatisierung, das ist immer gut gelaufen in Deutschland. Da ist noch nie was schiefgegangen. Aber ich will jetzt hier trotzdem nochmal reinschauen, was sich der Herr Rösler denn dabei denkt. Und dann sage ich, ja, soll öffentlich sein, überprüfen, absenden und gucke ich nochmal rein. Sieht ganz gut aus. Drücke auf Absenden. Und damit habe ich dann auch meine Informationsfreiheitsanfrage gestellt. Die ist jetzt online schon verfügbar. Kann man sich auch hier schon angucken. Und ich werde jetzt hoffentlich innerhalb von eines Monats eine Antwort erhalten. Also so einfach kann es sein, eine Informationsfreiheitsanfrage zu stellen. Die Botschaft, ihr könnt das auch. Gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir so ein paar Statistiken. Frag des Start läuft seit dem 1. August 2011. Das sieht jetzt hier nicht schön visualisiert aus, aber es ist auch nur die zwei Fakten, die hier interessant sind, werde ich gleich nochmal erzählen. Und wir sind jetzt 2012 das erste Mal ein ganzes Jahr mitgelaufen. Und wir haben insgesamt 2311 Anfragen auf Frag des Start gehabt. Und zum Vergleich, die Bundesstatistik sieht für 2011 3280 Anfragen. Das heißt, wir sind schon, irgendwie haben wir zwei Drittel mindestens der Bundesanfragen von 2011 schon über Frag des Start abgedeckt. Und ich bin da sehr guten Mutes, dass wir quasi die Statistik da nochmal ein bisschen toppen. Die von 2012, quasi die Hälfte der Anfragen sind alle erfolgreich. 20 Prozent sind teilweise erfolgreich. Das heißt, wenn man eine Anfrage stellt, dann bekommt man auch oft eine Antwort, die genügestellend ist, die einem die Information tatsächlich liefert. Nur 16 Prozent werden abgelehnt, 13 Prozent ist die Information nicht vorhanden, 3 Prozent werden zurückgezogen. Die Top-Behörde ist der Deutsche Bundestag, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Hier habe ich jetzt hier nochmal so eine bunte Grafik gemacht, damit ihr alle wieder aufwacht von den Statistiken. Das ist einfach so eine Art Cloud-Wolke aller Ausnahmen, die für einen Informationszugang gelten können. Da sieht man größer, als dass irgendwie nachteilige Auswirkungen verhindert werden sollen und dass Beziehungen und Vertraulichkeit ganz wichtig sind und Sicherheit. Letztlich haben wir die Top-Gründe der Verweigerung des Informationszugangs, fragt der Staat, sind erstens, das Gesetz ist nicht anwendbar. Was heißt das? Letztlich, da hat jemand was angefragt, aber die Behörde sagt ja erstens, das Gesetz trifft vielleicht gar nicht auf mich zu oder es ist hier schon öffentlich. Das heißt, das Gesetz ist nicht anwendbar, weil die Information schon öffentlich ist und so weiter. Dann Schutz von geistigen Eigentum und Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Das ist die Lieblingsausrede momentan, also das heißt Ausrede, die Ausnahme, die am häufigsten benutzt wird. Dann Schutz vor nachteiligen Auswirkungen auf internationale Beziehungen. Also wenn man von irgendwelche U-Boote nach Israel schickt und dann dazu Informationen will, dann bekommt man nichts, sondern nur den Hinweis auf diese Ausnahme. Internationale Beziehungen müssen da geschützt werden. Und dann noch behördliche Entscheidungsprozesse und personenbezogene Daten. Und hier habe ich nochmal eine schöne Grafik, die Anfragenentwicklung 2012. Man muss, glaube ich, nicht Statistik studiert haben, um zu sehen, dass da irgendwas passiert ist. Es gibt da so zwei Events in dieser Anfragenentwicklung und auf die wollen wir jetzt mal genauer eingehen. Das erste sind die Gutachten des Deutschen Bundestags. Der Deutsche Bundestag erstellt über den wissenschaftlichen Dienst Gutachten für die Abgeordneten. Die wollen dann irgendwas wissen und stellen eine Frage und dann wird ein Gutachten ausgearbeitet. Ein Teil dieser Gutachten sind öffentlich, ein Teil ist aber auch nicht öffentlich. Und wenn man diese Gutachten anfragen will, was eigentlich unser gutes Recht sein sollte, immerhin basieren unsere Abgeordneten ihre Entscheidungen auf diesen Gutachten. Da sollte man ja vielleicht mal reingucken, ob das irgendwie auch alles in Ordnung ist und was denn der Abgeordnete da genau wissen wollte. Aber wenn man so eine Anfrage stellt, dann hört man vom Bundestag erstens, dass der wissenschaftliche Dienst nicht unter das Informationsfreiheitsgesetz fällt. Er nimmt sich da aus. Das wurde gerichtlich auch schon geklärt, dass er eigentlich doch runterfällt. Aber die finale Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen. Das geht jetzt vor Oberst Verwaltungsgericht. Und er sagt zweitens, dass das Urheberrecht gilt. Das heißt, wir können das nicht zusenden wegen dem Urheberrecht. An dem Gutachten hat jemand ein Urheberrecht. Wenn wir das versenden, dann können Sie das ja veröffentlichen. Und dann ist das Veröffentlichungsrecht, das Erstveröffentlichungsrecht nicht mehr gegeben für den Autor. Na gut, dann veröffentlichen wir es halt nicht. Wir haben zum Beispiel das Gutachten zur Abgeordnetenkorruption dann erhalten. Also ich habe das erhalten. Und da stand aber dann drin in dem Anschreiben, ich weise deshalb darauf hin, dass das Ihnen übersandte Gutachten für Sie persönlich bestimmt ist. Die Übersendung beinhaltet nicht die Befugnis der Verbreitung oder Veröffentlichung. Die unerlaubte Veröffentlichung oder Verbreitung von Arbeiten des wissenschaftlichen Dienstes stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und hat sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Folgen. Na gut, dann möchte ich natürlich keine zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Folgen aufhalten. Da habe ich es eben nicht veröffentlicht. Der Trick ist aber, ich habe es bekommen. Und da das Informationsfreiesgesetz ein Jedermannsrecht ist, jeder kann eine Anfrage stellen, kann das auch dann jeder anfragen und erhalten. Und da ich das über Frag den Staat gestellt habe, dachte ich mir, das kann man noch ein bisschen einfacher machen, als immer diesen Text zu schreiben. Man kann einfach einen Button bauen. Und dann habe ich da einen Button auf die Webseite gesetzt und jeder musste einfach nur einmal draufklicken, hat diese Anfrage dann auch gestellt. Das haben dann bisher 756 weitere Personen gemacht. Das heißt, der Bundestag muss halt dann 756 Anträge abarbeiten. Und das nur, weil er nicht gewillt war, dieses Gutachten zur Veröffentlichung freizugeben. Es ist immer noch nicht gewillt. Tatsächlich will er es nicht veröffentlichen. Die haben da, glaube ich, mittlerweile eine Halbtagsstelle, die diese Anfragen abarbeitet. Steuergelder auch gut eingesetzt. Aber mittlerweile hat auch Netzpolitik.org diese Sache mal geleakt, einfach mal online gestellt. Da wurde natürlich dann direkt gedroht. Netzpolitik wollte es aber wieder nicht runternehmen. Und jetzt überlegt sich der Bundestag weitere rechtliche Schritte. Mal schauen, was da noch passiert. Das Gleiche ist dann eigentlich passiert mit der Ackermann-Geburtstags-Dinner-Anfrage. Vielleicht wissen es ja noch einige. Hier im Jahr 2008, er hatte Herr Ackermann, glaube ich, den 60. Geburtstag. Und Frau Merkel hat ihn ins Kanzleramt eingeladen mit reichlich Prominenz. Und da gab es ein Abendessen. Und Thilo Bode von Foodwatch hat diese Dokumente dazu angefragt. Also zum Beispiel, was wurde gegessen? Wie war die Sitzordnung? Was stand in der Rede, die gehalten wurde? Und das sieht ungefähr so aus. Das habe ich dann auch angefragt. Es musste vor Gericht erst durchgeklagt werden. Aber es wurde letztlich recht gegeben. Und die Dokumente mussten veröffentlicht werden mit kleinen Schwärzungen. Das hier ist zum Beispiel die Küchenrechnung. Und hier haben wir diese Sitzordnung. Man sieht, Herr Professor Sauer ist nicht gekommen. Aber ansonsten ganz nett anzusehen. Problem ist, ich habe das dann auch erhalten. Und dann stand schon wieder irgendwas drin. Und zwar, ich weise darauf hin, dass das Bundeskanzleramt einer Weiterverbreitung der übersandten Kopien namentlich einer Veröffentlichung der darin enthaltenen personenbezogenen Daten durch sie nicht zustimmt. Na gut, da habe ich das Gleiche gemacht. Da habe ich wieder so einen Button auf die Webseite gesetzt. Und haben wieder 842 Leute auf diesen Button gedrückt. Diesmal hat das Bundeskanzleramt dann aber nachgegeben. Und hat gesagt, ja gut, wir sehen ein. Das hat keinen Sinn mehr. Wir streichen diesen Paragraf, also diesen Absatz aus dem Anschreiben. Ich hatte dann auch zwischenzeitlich den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit, Peter Schaar, angerufen. Also nicht per Telefon, sondern quasi ich habe um Vermittlung gebeten. Und er hat auch dann direkt, die Mitarbeiter haben direkt zugestimmt, dass es nicht sein kann, wenn ein Gericht solche Dokumente freigibt, dass man die dann nicht veröffentlichen kann. Weil die Veröffentlichung ist definitiv wichtig. Wenn wir einen Diskurs über sowas haben wollen, dann kann es ja nicht sein, dass wir das nicht im Internet öffentlich hin tun können und dann darüber reden können, sondern dass sich jeder selber darum bemühen muss, Zugang zu diesem Dokument zu erhalten. Das ist übrigens das Gesellschaftsspiel, das der Freitag dann aus der Tischrunde gemacht hat. Das fand ich ganz lustig. Also so ein Würfelspiel. Wenn man irgendwie fünf würfelt, landet man auf dem Platz von Frau Merkel oder so. Es ist ganz gelungen, da aus den Dokumenten der Informationsfreiheit mal ein Spiel zu machen. Jetzt möchte ich nochmal drei Ablehnungen vorstellen. Und zwar, das sind quasi die Top drei Ablehnungen von 2012. Die erste ist hervorkehrend für den 21.12.2012. Ist ja auch wichtig. Also in den letzten Tagen vor Weihnachten war das, da hat Frag den Staat den meisten Traffic über diese Anfrage bekommen. Da bin ich schon sehr dankbar. Da hat sich jemand gefragt, da ich Angst vor dem Weltuntergang habe, möchte ich Sie bitten, mir alle verfügbaren Daten bezüglich einer möglichen Evakuierung ganzer Städte oder Regionen zur Verfügung zu stellen, damit ich für den Tag X gewappnet bin. Also einer muss es ja fragen. Und das Ganze wurde dann an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gestellt. Wir haben halt sowas. Ist auch bestimmt sehr gut so. Problem nur, da schlägt der Föderalismus zu. Die Zuständigkeit für den Katastrophenschutz einschließlich Evakuierung liegen auf Länderebene. Ja gut. Aber alleine diese föderale Bürokratie, wenn ich das so lese, dann fühle ich mich direkt wieder ein bisschen beruhigt und meine Maya-Panik ist schon wieder etwas besänftigt. Die zweite Sache, mehr Länderbehörde NDR. Wir sind jetzt hier in Hamburg und der NDR sitzt in Hamburg. Und Hamburg hat seit kurzem ein gutes Transparenzgesetz, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und der NDR ist aber nicht nur, gehört nicht nur Hamburg, sondern per Staatsvertrag auch Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Also insgesamt, was, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg. Also insgesamt vier Bundesländern als eine Mehrländerbehörde. Sowas ist mir vorher auch noch nicht begegnet. Und da ist jetzt die Frage, wenn man jetzt eine Anfrage in NDR stellt, wer ist denn da zuständig? Da der Sitz in Hamburg ist, wurde da eine Anfrage nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz gestellt. Allerdings die Antwort des NDRs war dann doch etwas verwirrend. Und zwar gibt es in diesem Staatsvertrag eine Rechtsaufsichtsrotation. Das heißt, abwechselnd sind diese unterschiedlichen Bundesländer zuständig. Und dann haben die ausgeführt, folgerichtig führen die Regierungen dieser Länder die Rechtsaufsicht über den NDR im Wechsel von jeweils 18 Monaten. Also wenn man genau hinguckt, dann ist der NDR nur alle 54 Monate für 18 Monate unter dem Hamburgischen Transparenzgesetz anfragbar. Und das nächste Mal im Januar 2015. Das ist natürlich auch sehr schade eigentlich. Das ist ja wie ein Meteoritenschauer, da muss man seine Anfragen genau abpassen. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal einen Wecker gestellt, Januar 2015, das verpasse ich nicht. Und dann natürlich die Teilnehmenden bei der ACTA-Verhandlung. Das haben vielleicht einige schon mal mitbekommen. Matthias Schindler hatte da angefragt, wer denn eigentlich bei den ACTA-Verhandlungen von deutscher Seite aus an den Verhandlungstischen saß. Ist ja ganz interessant. Das könnten ja unter Umständen Lobbyisten gewesen sein, Leihbeamte, die da vielleicht gar nicht die Interessen der Bundesrepublik vertreten, sondern vielleicht ganz eigene Interessen. Und da ist natürlich dann wichtig zu erfahren, wer das ist. Und normalerweise sind auch Name und Dienstgrad und Büroanschrift keine Personen, also sind personenbezogene Daten, aber sind nicht vom Datenschutz in diesem Fall behaftet. Das hat das Informationsfreiheitsgesetz extra so vorgesehen, dass solche Daten herausgegeben werden können. Allerdings wird die Anfrage abgelehnt wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Denn in einzelnen Internetforen, Blogs und im Netz eingestellten Videos sowie dazugehörigen Kommentaren wird zum Teil eine vom sachlichen Regelungsgehalt der Bestimmung des Abkommens losgelöste emotionale Diskussion geführt, bei der auch ehrverletzende Äußerungen und Drohungen mit Gewalt gegen an ACTA beteiligte Personen ausgesprochen werden. Es erscheint da im Falle der Herausgabe der Daten, der bei den Verhandlungsrunden anwesenden Personen hinreichend möglich, dass diese Person persönlich bedrängt oder sonst gegen sie unangemessen vorgegangen wird. Im Klartext, der Internet-Mob kommt. Da haben Leute im Internet etwas geschrieben, wir mögen ACTA nicht und das ist jetzt Grund genug für das Justizministerium. Das muss man sich mal vorstellen, eine solche Anfrage abzulehnen. Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Dagegen wird auch, glaube ich, gerade geklagt. Jedenfalls wurde Widerspruch eingelegt und das ist noch am Laufen. Mittlerweile ist ACTA vom Tisch, aber es wäre ja trotzdem ganz interessant zu erfahren, wer da tatsächlich an den Verhandlungsrunden dabei war. Nun zur Lage der Information. Die Lage der Information in Deutschland ist nicht so schön. Das ist, was ich das Amtsverschwiegenheitsmonster nenne. Kann man so ein bisschen erkennen, um so ein Auge, Mund vielleicht, so ein Arm oder auch ein bisschen Scumbag Amtsverschwiegenheit. Aber wenn man genau hinguckt, sind das eigentlich Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen. Und wir sind nämlich in eigentlich ganz guter Gesellschaft in Europa. Die Länder um uns herum haben größtenteils Informationsfreiheitsgesetze. Schweden schon seit 1766. Das erste dann in Brandenburg 1998 und auf Bundesebene seit 2006. Aber es gibt halt immer noch fünf Bundesländer in Deutschland, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Was bedeutet, dass wir da an amtliche Information de facto nicht herankommen. Und das ist wirklich sehr schade. Österreich hat auch kein richtiges, würde ich mal sagen. Luxemburg hat, glaube ich, auch keins. Aber wir müssen in Deutschland dringend was tun. Gerade Baden-Württemberg, was ja momentan grün-rot regiert ist und eigentlich der Informationsfreiheit sehr wohlgesonnen ist, muss da 2013 definitiv was einführen. Am besten etwas Besseres als das, was Thüringen da gerade gemacht hat. Es besteht nämlich dringend Reformbedarf. Informationsfreiheit, die ganzen Ausnahmen, gerade zum Beispiel auch die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, sind momentan nicht abwegbar gegen das öffentliche Interesse nach der Information. Das liegt auch so ein bisschen an so einem Grundgesetz, das letztlich den Datenschutz vor die Informationsfreiheit tut. Da haben sich Experten mal drüber Gedanken gemacht. Und die Grünen haben dieses Jahr auch eine Grundgesetzänderung eingebracht im Bundestag, die die Informationsfreiheit im Grundgesetz festschreibt. Und das ist gar kein symbolischer Akt, sondern das ist auch einfach eine rechtliche Sache, die mal getan werden muss, alleine, damit man in höheren Instanzen gegen diese erdrückende Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ankommen kann. Weil die wiegen im Zweifelsfall als Grundrecht mehr als die Informationsfreiheit. Und deswegen brauchen wir Informationsfreiheit im Grundgesetz. Dringend notwendig. Die Grünen hatten, glaube ich, damit nicht so viel Erfolg bei der aktuellen Regierung. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Es muss natürlich auch eine Verwaltungsreform. Man kann natürlich die Gesetze ändern, aber letztlich müssen die Behörden selber verstehen, dass da offenes Regierungshandeln gefragt ist. Da muss auch von oben Druck kommen, dass letztlich sich die Behörden da etwas weiter öffnen. Open Data versus das Informationsfreiheitsgesetz. Open Data ist ja gerade in aller Munde. Also offene Daten, Daten veröffentlicht auf Datenportalen der Regierung. Die Regierung wird Anfang 2013 ein Datenportal herausbringen. Da sind auch sehr viele Datensätze enthalten dann schon. Allerdings nicht alle von diesen Datensätzen werden dann richtig open sein. Im Sinne der Open Definition, also dass die Nachnutzung möglich ist. Dennoch, ein Datenportal ist ja eine ganz gute Idee. Allerdings ist das alles auf freiwilliger Basis passiert. Das heißt, die Regierung wurde dazu nicht gezwungen. Das ist quasi ihr eigenes Engagement definitiv zu begrüßen. Allerdings versucht sich die Regierung jetzt, was man so hört, darauf zu versteifen. Ja, wir machen ja hier ein Datenportal. Wir brauchen ja keine Informationsfreiheit mehr. Wir haben ja jetzt hier so ein bisschen Open Data gemacht. Warum sollten wir denn jetzt noch ein Gesetz haben, das Bürgern das Recht auf Informationen gibt? Wir geben ja schon selber etwas freiwillig heraus. Und da ist definitiv etwas falsch. Denn natürlich gibt die Regierung nur das heraus, was ihr opportun ist, würde ich mal sagen. Was halt auch einfach herauszubringen ist, wo kein Zündstoff dahinter steckt. Und das Informationsfreiheitsgesetz ermöglicht es uns, gerade die Informationen herauszufinden, die wir wollen, die uns irgendwie am Herzen liegen, die letztlich da, wo der Zündstoff doch genau ist. Und deswegen darf diese Diskussion Open Data nicht überhand nehmen gegenüber dem Informationsfreiheitsgesetz. Die aktuelle Regierung hat das Informationsfreiheitsgesetz evaluieren lassen vom Speyer-Institut. Das ist dieses Jahr fertig geworden. Und da wurde auch sehr viel Reformbedarf angemerkt. Viele Dinge müssen geändert werden, auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Auch vielleicht mit dem Internet mal im Hinterkopf. Und das ist bisher nicht passiert. Stattdessen konzentriert sich die aktuelle Regierung halt auf Open Data, was nicht schlecht ist. Aber das ist nur ein Teil der Medaille. Dazu muss ich noch eine Sache sagen. Ein gutes Beispiel dazu ist der Bundeshaushalt, den Friedrich Lindenberg mal für das Projekt Offener Haushalt angefragt hat, aufgefragt den Staat. Letztlich liegt er in irgendeinem XML-Format vor, also letztlich als Datensatz. Das wird aber nur herausgegeben als HTML-Seite und als PDF. Und zwar auch nicht mit allen Informationen, die gegebenenfalls vorher vorlagen. Also letztlich nur in aggregierter Form. Aber wir wollen natürlich Zugriff auf die Rohdaten des Haushalts. Wir wollen natürlich genau wissen, welche einzelnen Stellen wie verplant sind. Und da wurde diese Anfrage halt über Frag den Staat gestellt, wurde aber abgelehnt, weil Rohdaten und dieser XML-Zwischenzustand ein Entwurf ist und damit nicht Teil letztlich eines Vorgangs wird. Und somit nicht ein amtliches Dokument ist und somit auch nicht angefragt werden kann. Plus noch ein paar andere Ausreden, die Sie auch noch zusätzlich reingepackt haben, nur um sicherzugehen, dass niemand an diese Daten herankommt. Und da zeigt es sich halt, wo das Ende von Open Data ist. Wenn man letztlich Daten anfragt, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, dass die Öffentlichkeit sie kennt, aber dass diese dann nicht herausgegeben werden. Die Nachnutzung. Wir hatten das ja bei den Bundestagsgutachten gesehen. Letztlich muss man das im Hinterkopf haben. Wenn die Nachnutzung nicht geregelt ist, dann passieren so Sachen wie mit einem Klick doch noch Anfragen. Jeder bekommt es selbst, niemand darf es veröffentlichen, was ja absoluter Unsinn ist. Das Internet ist halt, es geht gar nicht anders. Wenn man etwas mit jemandem teilen will, dann ist das ja größtenteils schon und in vielen Fällen eine Veröffentlichung. Und da muss von Anfang an die Nachnutzung geregelt sein. Eigentlich hat das Informationsfreiheitsgesetz letztlich, ist der Gedanke dahinter, dass die Informationen, die man anfragt, sind amtliche Werke größtenteils und können weiterverwendet werden. Aber wir sind da halt schon auf Probleme gestoßen und das muss irgendwie nochmal anders geregelt werden. Denn das Netz, ja, es ist halt, es kann Piraterie ganz gut, auch bei solchen Dokumenten. Das wird dann einfach mal irgendwo online gestellt und dann ist die Nachnutzung, kann man halt auch nicht mehr verhindern. Gebühren. Ja, eine Informationsfreiheitsanfrage kann bis zu 500 Euro kosten. Das ist schon ziemlich viel und das schreckt auch einige ab. Viele Behörden senden direkt auf die Anfrage einen automatischen Formbrief. Ja, sie haben eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt. Das kann bis zu 500 Euro kosten. Ist Ihnen das bewusst? Wollen Sie Ihre Anfrage nicht doch noch zurückziehen? Das ist natürlich einfach nur eine Drohgebärde. Letztlich kosten die meisten Anfragen auf Frag den Staat umsonst, kosten gar nichts, sind kostenfrei. Und das ist auch eine sehr gute Eigenschaft. Gebühren schrecken natürlich den Bürgern nur ab. Aber letztlich sind wir halt auch ein Stückchen weiter schon. Bei der ACTA-Anfrage war nämlich noch ein Teil dabei, wo Matthias Schindler sehr viel wissen wollte. Schicken Sie mir alle Dokumente zu ACTA. Das ist sehr viel, das erzeugt Aufwand und kann tatsächlich dann bis zu 500 Euro kosten und das ist dann wahrscheinlich auch legitim. Nur 500 Euro ist vielleicht für eine Person etwas abschreckend. Aber wenn sich das Internet mal hinsetzt und so ein Wochenende crowdfunded, dann kamen hier einmal 7000 Euro zusammen. Und damit kann man dann nicht nur diese 500 Euro bezahlen, damit kann man dann tatsächlich auch einen Widerspruch finanzieren. Das kostet auch nur 30 Euro, aber tatsächlich auch eine Klage finanzieren, wenn es dann hart auf hart kommt. Das heißt, Gebühren, das kann sich der Gesetzgeber eigentlich mal merken, sind auch keine Abschreckungen mehr für wirklich interessante Informationen. Er hat dann natürlich noch so ein paar Asse im Ärmel. Wenn nämlich zum Beispiel eine Anfrage in mehrere Sachen enthält, dann kam es auch schon vor, dass dann eine Anfrage in mehrere gesplittet wurde. Und dann kostet jede 500 Euro und dann ist man auf einmal bei 15.000 Euro. Das ist, glaube ich, dem Westen mal passiert, also der Zeitung. Aber letztlich sind Kosten, glaube ich, letztlich im Internet halt nicht mehr so als Druckmittel, also als Mauer einführen. Weil letztlich, wir können halt sehr schnell solche Sachen crowdfunden, wenn jeder nur 5 Euro gibt, dann brauchen wir nur 100 Leute und dann haben wir das Geld zusammen zum Beispiel. Gerichtsentscheidung, da gab es jetzt vor kurzem erst die Entscheidung, dass die Prüfberichte des Rechnungshofs zum Beispiel veröffentlicht werden müssen, wenn man danach fragt. Und das ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Entscheidung, gerade die Rechnungshöfe und waren vorher halt immer sehr zurückhaltend mit Informationen. Und da kann man halt jetzt zum Beispiel Sachen erhalten. Und Gerichtsentscheidungen sind das, was eine der vielen Sachen, was Informationsfreiheit tatsächlich vorantreibt. Das ist halt nicht die Politik, die da aktive Verbesserungen macht, sondern letztlich einzelne Bürger, die kämpfen für ihr Recht auf Informationsfreiheit und auch klagen und meistens dann halt auch gewinnen. Es gab da einige Fehlentscheidungen, aber die waren zum Beispiel auf europäischer Ebene, aber in Deutschland wurde die Informationsfreiheit von Gerichten doch stark verteidigt. Und man hat da eigentlich ganz gute Chancen, wenn man die Anfrage einigermaßen realistisch gestellt hat. Das heißt, diese Gerichtsentscheidungen sind sehr, sehr wichtig. Denn sobald ein Gericht entscheidet, doch dieses Dokument muss veröffentlicht werden, dann heißt das auch, dass alle anderen Arten dieses Dokuments bei dieser Behörde öffentlich werden, dass man diese anfragen kann. Wir erwarten 2013 mit einer Entscheidung, dass der Bundestag tatsächlich seine wissenschaftlichen, die Dokumente des wissenschaftlichen Dienstes veröffentlichen muss. Und der hat ja sehr viele, er produziert bis zu, glaube ich, 3000 im Jahr. Und da freue ich mich schon darauf, dass wir dann eine kleine öffentliche Bibliothek selber aufbauen von diesen Dokumenten. Ich hoffe, der Bundestag lässt sich dann überzeugen, das sich nicht einzeln zuschicken zu lassen, sondern vielleicht selber da beim Hinzuhelfen, das zu veröffentlichen. Kann man auch mal klatschen. Dann das Hamburgische Transparenzgesetz. Das war der größte Schritt für die Informationsfreiheit in den letzten sechs Jahren. Und da kann man auch mal Applaus geben für alle, die daran beteiligt waren. Und zwar irgendwie mehr Demokratie, Transparency und auch die Piratenpartei in Hamburg. Denn das Hamburgische Transparenzgesetz kehrt erstmal das Ganze um. Es müssen die Verträge von Anfang an veröffentlicht werden. Es gibt ein Transparenzregister, in dem Dokumente eingestellt werden müssen. Das kommt zwar erst in zwei Jahren, aber es wird kommen. Und das dreht halt diesen, was man normalerweise pullen muss, dreht es in Push um. Es erweitert die Rechte. Es wägt gegen die Geschäftsgeheimnisse ab. Daseinsvorsorgeverträge müssen veröffentlicht werden. Es ist ein wirklich ziemlich gut gemachtes Gesetz. Allerdings kam es halt tatsächlich aus dem Volk heraus. Es war eine Volksinitiative, ein Bündnis. Von der Politik hat man da nichts erwartet. Und der Impuls kam aus dem Volk. Und das war auch wirklich sehr gut so. Hätte die Politik da einen Impuls gegeben, dann sieht es, kann man sich zum Beispiel nach Thüringen gucken, was da passiert ist. Da läuft das Informationsfreiheitsgesetz gerade aus. Und es musste ein neues her. Und der erste Entwurf mit den Worten von David Schraven von der Westen, eine Erfindung aus der Hölle. Und zwar insofern, dass letztlich kommerzielle Nutzung der Informationen, die man da erfragt, nicht möglich, also verboten ist. Was aber zum Beispiel den gesamten Journalismus ausschließt, was natürlich eigentlich unmöglich ist. Also natürlich muss der Journalismus mit diesen Informationen arbeiten können. Hamburgisches Transparenzgesetz, sehr gute Sache. Jedes Transparenzgesetz, das noch kommen wird, muss sich erstmal an diesem messen. Da gucke ich auf jeden Fall auch auf Baden-Württemberg. Wenn die grün-rote Regierung da etwas baut, dann muss das mindestens das hamburgische Niveau erreichen. Das hier ist der IFG-Trend, also von 2006 bis 2011. Das sind die offiziellen Zahlen aus dem Bundesinnenministerium für die Bundesebene. 2006 gab es dann auf einmal mehr, weil es da gerade eingeführt wurde. Danach flautte das Interesse so ein bisschen ab. 2010 gab es dann wieder ein bisschen mehr. Und wenn man jetzt guckt, 2011 hat das sich verdoppelt. Und das ist ja schon mal eine ganz coole Sache. Und ich kann da auf jeden Fall so einen exponentiellen Trend erkennen. Wenn wir jetzt 2012 gucken, dann sind es bestimmt 6.000. Es wären auf jeden Fall 6.000, wenn jeder hier im Saal eine Informationsfreiheitsanfrage stellt. Denn im Vergleich 2011 hatte Großbritannien 47.000 Anfragen ungefähr. Und das auf 63 Millionen Bewohner, also nochmal 20 Millionen weniger. Und da muss man sich fragen, was ist denn hier los? Großbritannien hat quasi 18 Mal mehr Anfragen pro Bewohner. Also vielleicht ist das einfach die deutsche Mentalität, dass der Deutsche an sich nichts missen will. Aber den Deutschen an sich gibt es ja Gott sei Dank nicht. Informationsfreiheit, ist das ein Selbstzweck? Wir haben jetzt zum Beispiel die Ackermann-Dokumente gesehen. Okay, jetzt weiß ich, woher Herr Ackermann saß gegenüber von Frau Merkel. Oder aha, hilft mir das jetzt irgendwie weiter? Thilo Bode, der das angefragt hat von Foodwatching, hat das sicherlich weitergeholfen. Der hat da eine ganz eigene Kampagne gegen den Herrn Ackermann, glaube ich. Aber die Informationen, die man da befreit, sind ja dazu da, die Informationsasymmetrie zwischen Bürger und Staat zu verringern. Die ist natürlich immer gegeben, der Staat weiß immer ein Stückchen mehr als Bürger. Aber durch Informationsfreiheit kann man diese Asymmetrie verringern und dem Bürger mehr Informationen an die Hand geben, um bessere Entscheidungen zu fällen. Zum Beispiel bei Wahlen. Für mich gehen Informationsfreiheit und Wahlen Hand in Hand. Wenn man nicht weiß, was der Staat tut, sondern das nur aus Pressemitteilungen erfährt, dann kann man keine gute Entscheidung an der Wahlurne treffen. Dazu bedarf es der Informationsfreiheit. Natürlich ist auch die Korruptionsbekämpfung im Raum, aber da bin ich etwas skeptisch. Natürlich kann man keine Informationsfreiheitsanfrage stellen. Ja, bitte schicken Sie mir alle Liste der korrupten Beamten bei Ihnen. So funktioniert das wahrscheinlich nicht. Aber durch kontinuierliches Nachfragen von bestimmten Informationen bin ich mir sicher, dass man korruptes Verhalten jedenfalls eindämmen kann. Wenn eine Behörde merkt, dass sie regelmäßig Informationen zu einem bestimmten Thema liefern muss, dann achtet sie darauf, dass sie entweder ihr korruptes Verhalten sehr verbirgt oder aber, dass sie wirklich transparenter arbeitet und dass sie vielleicht auch irgendwann diese Information selbstständig veröffentlicht. Da habe ich auch noch so ein Projekt am Start, das ich demnächst hoffentlich launchen werde, um kontinuierlich Informationsfreiheitsanfragen an bestimmte Behörden zu bestimmten Themen zu stellen. Informationsfreiheit und Journalismus. Ich bin da immer, ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, da hatte jetzt irgendwie, weiß ich, die Welt oder so ein Positionspapier gehabt, aber es wird nicht veröffentlicht. Journalismus ist da noch irgendwie etwas weiter zurück. In der Informationsfreiheit wird zwar genutzt von eigenen Journalisten, sehr intensiv, aber wenn man sich Journalistenschüler anguckt, die wissen oft nicht, was Informationsfreiheit ist, wobei ich mich immer frage, ihr seid Journalisten, eure Aufgabe ist es, Informationen zu beschaffen und ihr kennt euch mit diesem Gesetz nicht aus. Was läuft da schief? Aber wir versuchen das natürlich jetzt zu beheben. Wir versuchen die Anfragen, die auch fragt den Staat, aufschlagen und beantwortet werden und auch Ergebnisse liefern, genauer anzuschauen und journalistisch aufzuarbeiten. Die publizieren wir dann zusammen auf dem Zeit Online Open Data Blog. Hoffentlich bringt es was und zeigt ein bisschen, dass Informationsfreiheit für Journalisten definitiv eine gute Sache ist, dass sie es auf jeden Fall mehr ausprobieren sollten. Dann die Hackerethik. Private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen. Das war umgekehrt. Öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Hacker. Wir haben jetzt hier dieses Buch zum Beispiel von Julian Assange, Cypherpunk. Wir sollten kryptografisch aufrüsten. Der Staat überwacht alles. Wir sollten Kryptografie nutzen, um unsere Anonymität zu bewahren, um unsere Kommunikation vor fremder Einsicht zu schützen. Aber vergesst diesen zweiten Part nicht. Öffentliche Daten nutzen. Wir können natürlich, ich glaube wir sind sehr viel besser als Deutsche irgendwie, diesen Datenschutz zu betreiben, unsere eigenen Daten zu schützen. Aber wir müssen diese öffentlichen Daten auch nützen, sonst verlieren wir halt auf der anderen Seite komplett. Wir können uns irgendwie total abschachteln und als Hackergemeinde unseren Krypto-Kram machen, aber das hilft auf Dauer nicht. Denn die Restbevölkerung kommt mit dem Krypto-Kram vielleicht nicht so klar. Und da müssen wir sie unterstützen und zwar durch das Nützen öffentlicher Daten, durch das Stellen von Informationsfreiheitsanfragen. Weil nur damit letztlich kommen wir hier in einer besseren Demokratie an. Vielen Dank. So, dann wären wir jetzt bei den Fragen. Genau, ich fange einfach direkt mit dem Mikro Nummer eins an. Da links vorne. An zwei Punkten würde ich nochmal nachdenken empfehlen. Also ich werde morgen Abend in meinem Vortrag beispielsweise, du hast Korruption angesprochen, mal rausarbeiten, wo Staat und Wirtschaft zusammenarbeiten in der Abwehr von Anfragen. Das ist ja eine spannende Geschichte. Die Verwaltung hasst ja Informationsfreiheit nicht. Widerspricht ihrem Verständnis. Die Wirtschaft will nichts rausgeben. Beispiel Geschäftsgeheimnisse, wo man dann wirklich auch zugeschoben hat. Wenn Sie uns jetzt schreiben, dann können wir so antworten und den Dings ablehnen. Also da gibt es auch ein paar ganz interessante Dinge. Gar keine Korruption, sondern nur einfach das Entschiedene dagegenhalten. Zweiter Punkt, wo ich dein Optimismus nicht ganz teile, sind die Gerichtsentscheidungen. Also die Gerichtsentscheidungen, die wir haben, sind so 50 Prozent zugunsten der Kläger ausgegangen. Kann man sagen, das ist eine gute Nachricht. Klar, es ist halb voll. Aber diese 50 Prozent zeigen natürlich auch, 50 Prozent der Anträge der Bürger sind zu Unrecht abgelehnt worden. Man müsste jetzt nur noch gewichten, was war das. Als Verwaltungsgericht Berlin hat abgelehnt Einblick in die 17.000 Seiten des Mautvertrages, wegen Geschäftsgeheimnis unter anderem, wird auch ein Thema sein. Umgekehrt hat dasselbe Verwaltungsgericht gesagt, aber ihr dürft nachgucken, welche Kugelschreiber die Abgeordneten bestellt haben. Das war ein wichtiger Punkt damals, nicht? Da haben die alle kurz vor Jahresende, haben die alle ihre Füllfederhalter gekauft. Also ist sicher spannend. Aber ich denke, die Gewichtung eines Milliardenprojektes, wo auch wirklich eine Lizenz zum Gelddrucken erteilt worden ist, im Vergleich zu dem, dass sich ein paar Abgeordnete da Kugelschreiber besorgt haben, ist keine Relation. Und deswegen die Rechtsprechung sollten wir auch nochmal darüber überprüfen. Also da teile ich deinen Optimismus nicht ganz. Oder weil es ja eine Frage sein soll, worauf gründest du deinen Optimismus? Also mein Optimismus ist natürlich auch ein kleiner Selbstwert. Ich betreibe diese Seite, damit Leute darüber Anfragen stellen. Und wenn ich jetzt hier sage, das funktioniert eh alles nicht, dann kommt ja niemand. Aber es funktioniert dann offenbar mindestens so 50 Prozent der Fälle, wenn man klagt. Und da bin ich auch weiter optimistisch, dass das immer noch besser wird. Ich glaube, sobald wir einen Regierungswechsel haben, kriegen wir ja vielleicht noch ein paar bessere Informationsfreiheitsgesetze auf Bundesebene zum Beispiel. Und dann, es kann ja nicht, ich bin nicht der Meinung, dass es schlechter wird. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Klatschen für Optimismus. Yes. Haben wir noch Fragen aus dem Internet? Ja, wir haben noch eine Frage von Moll. Und zwar gibt es EU-Richtlinien für die Einführung des IEFG? Es gibt EU-Richtlinien für sowas. Und ich glaube, deswegen hat auch letztlich der Bund sich ein bisschen gedrängt gefühlt, das umzusetzen. Aber Herr Taus weiß das bestimmt besser. Der war nämlich dabei. Der hat das nicht selber umgesetzt. Im Umweltbereich. Im Umweltbereich, das war aber schon in den 90ern. Ja, natürlich. Aber ich bin ja ein alter Mann nicht. Aber es war in der Tat so. Und es hat sich da nicht viel getan. Man kann nur das positive Beispiel der EU würdigen. Also es gibt aber auch quasi eine EU-Direktive, mit der man EU-Informationen anfragen kann. Da gibt es auch eine nette Seite www.ast.eu.org. Falls man da Informationen fragen will, einfach da hingehen. Gut, dann haben wir da hinten noch eine Frage an Mikro 3, bitte. Hallo. Ich wollte fragen, wie das aussieht mit den Informationen, die zum Beispiel von irgendwelchen Fraktionen angestellt wurden und dann aber abgelehnt oder beziehungsweise nur unter Sicherheitsvorkehrungen zugänglich gemacht werden. Also im Sicherheitszentrum vom Bundestag oder wie es genau heißt. Im Geheimschutzraum. Ja, genau. Ob man da auch irgendwie die freikämpfen kann. Also die kann man auf jeden Fall nicht freikämpfen. Das ist halt ein Recht der Abgeordneten, so etwas zu sehen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich auch um kleine Anfragen oder andere Anfragen von Abgeordneten. Das hat leider nichts mit Informationsfreiheit zu tun. Abgeordnete haben da noch quasi genauere Regeln, nach denen sie Informationen anfragen können. Die sind dem einzelnen einfachen Bürger leider nicht eröffnet, was vielleicht auch umstritten sein kann. Vielleicht sollten wir da auch ein bisschen mehr reinschauen dürfen. Gerade was im Geheimschutzraum in unserem Parlament, das klingt ja immer sehr seltsam. Aber das ist, glaube ich, auch ein größeres Stück Arbeit, so etwas zu ändern. Gut, haben wir noch eine Frage aus dem Internet? Nein, aktuell nicht. Okay, dann machen wir weiter hier mit Mikro 1. Ich habe noch eine kleine technische Frage. Wie werden die Anfragen überhaupt an die einzelnen Behörden gestellt? Werden die irgendwie eingescannt, gefaxt oder per E-Mail? Oder wie läuft das eigentlich? Also per E-Mail. Wir machen uns da nicht die große Mühe. Da hat sich auch bisher noch nicht viele Leute, ich glaube, eigentlich noch niemand beklagt. Da kam die E-Mail rein. Wir schicken halt in manchen Jurisdiktionen, also auf Bundesebene zum Beispiel, die Postadresse des Nutzers mit, damit die Behörde, weil die möchte zum Beispiel auf Bundesebene, wollen die meisten Ministerien nicht per E-Mail antworten. Und dann schicken sie halt einen Brief. Da muss der Nutzer, ist dann dafür verantwortlich, das einzuscannen und hochzuladen. Aber zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und jetzt haben wir auch in Hamburg, schicken wir die Postadresse gar nicht mehr mit, um halt die Behörde zu zwingen, per E-Mail zu antworten. Allerdings ist das halt auch für die Behörde ein sehr komischer Zustand. Sie versteht mich nicht, fragt den Staat, was ist das denn jetzt? Ich mache das ja damit direkt öffentlich. Wir müssen halt immer erklären, wir agieren als E-Mail-Anbieter. Sie könnten auch an Hotmail kommen, schicken und der Nutzer könnte es auf seinen Blog stellen. Wir vereinfachen halt diesen Prozess, man schickt es an atfragdenstart.de, es landet online, ist quasi das Gleiche und der Nutzer hat quasi auch seine Zustimmung gegeben, dadurch, dass er den Service nutzt. Und das muss man den Behörden immer mal klar machen, aber ansonsten akzeptieren die E-Mail eigentlich ganz gut. Gut, hat sonst noch jemand Fragen oder das Internet? Das Internet ist still. Ich habe noch eine Frage aus dem IRC von TP1024. Gibt es aus den Gesetzen Informationen zur Verfügung zu stellen auf Vorschriften, die eine verständliche, übersichtliche Darstellung dieser Information verlangen? Der eine verständliche, übersichtliche von was verlangen? Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Eine verständliche, übersichtliche Darstellung dieser Information verlangen. Also es gibt in den Informationsfreiheitsgesetzen immer so etwas, dass der Aktenplan doch veröffentlicht werden soll. Stichwort soll, da hält sich dann keine Behörde dran. Das hat auch, glaube ich, der hier Herr Weiß, Simon Weiß in Berlin mal ausprobiert, hat sich versucht, Aktenpläne zu besorgen, hat keine gefunden in Berlin. Das ist ein Problem. Letztlich weiß der Bürger gar nicht, wonach er anfragen soll. Was ist ein Aktenplan? Wie bitte? Was ist ein Aktenplan? Ein Aktenplan, da steht ein Verzeichnis, wie die Informationen in der Behörde sortiert sind. Das heißt, dann kann man halt genau nachgucken, was die Behörde überhaupt da hat und dann kann man sagen, ich möchte das haben, dann kann man es gegebenenfalls bekommen. Aber diese Aktenpläne sind halt größer als nicht vorhanden. Man muss dann immer aus der Presse erfahren, dass so etwas da sein könnte oder man kann sich überlegen, dass so etwas vorliegen muss und dann so etwas direkt anfragen. Aber es ist wirklich auch ein Problem, das nicht zu wissen. Zum Beispiel, man kann halt nur Sachen anfragen, die tatsächlich vorliegen. Die Behörde ist nicht dazu verpflichtet, extra eine Information zu erschaffen, um diese zu übersenden. Also man kann nicht sagen, bitte stellen Sie mir einen Bericht dazu, sondern man kann halt nur sagen, wenn dieser Bericht existiert, schicken Sie mir ihn zu. Und da hatten wir auch schon einige Probleme, dass wir gesagt haben, zum Beispiel, wir hätten gerne eine Liste von allen Dokumenten und dann hieß es ja, die Liste liegt leider nicht vor. Wir haben die ganzen Dokumente, aber niemand weiß, wo die genau liegen oder ob es davon eine Liste gibt. Und es ist uns alles schon passiert, aber da muss man vielleicht nochmal genauer nachhaken und ein bisschen darauf beharren, weil irgendwo, wenn der Aktenplan nicht da ist, dann muss man halt darauf beharren, dass letztlich eine Auflistung irgendwo verfügbar sein muss. Gut, die linke Seite hat sich auch aufgewacht und hat jetzt auch Fragen. Einmal da die Zahl, bitte. Eine konkrete Frage. Ich habe von einer Landesstatistikbehörde eine Antwort bekommen im Rahmen eines Auskunftsersuchens. Und das ist eine sehr ausführliche Antwort, geht sehr ins Detail und endet mit dem Vermerk, dass sie mir verbietet, diese zu veröffentlichen, verweist auf das Urheberrechtsgesetz. Ich weiß nicht, ob du das in der Pauschalität beantworten kannst, aber ist so etwas tragbar? Es ist ja eine Art Gutachten. Also ich sehe eine gewisse Parallelität zu dem, was du eben aus dem Bundestag berichtet hast. Und aus meinem Bauchgefühl würde ich sagen, das sind Sachinformationen, es sind keine persönlichen Daten da drin oder wenn, dann kann ich sie schwärzen, wenn sie mich betreffen. Warum nicht veröffentlichen? Welches Land war das? Niedersachsen. Niedersachsen. Ja, da hat man halt, wie gesagt, keinen Informationsfreiziger, auf das man sich quasi berufen könnte. Allerdings amtliche Werke unterliegen halt nicht dem Urheberrechtsschutz, Paragraf 5 oder so, ich weiß nicht genau. Und deswegen kann man halt vielleicht versuchen zu sagen, ja, das ist jetzt ein amtliches Werk, das hat eine Behörde erstellt. Ich würde es mal probieren. Also das Veröffentlichen, vielleicht kann man das ja auch irgendwie einfach irgendwo hinstellen und niemand weiß, wie es da hingekommen ist. Gut, dann hier noch diese Frage, bitte. Ja, hallo. Thomas Lohlinger von Open Knowledge Foundation Österreich. Noch eine Anmerkung oder ein Trick bezüglich Antworten von staatlichen Stellen auf Informationsfreiheitsanfragen. Bei uns ist es zumindest so, dass in einem Verwaltungsgesetzbuch es so sein muss, dass Menschen mit Sehbehinderungen oder sonstigen Einschränkungen diese behördlichen Dokumente auch lesen oder verstehen müssen können. Das heißt, das ist so ein Weg, wie man hier auch Open Data in die Anfragen reinbekommt, weil es dann natürlich ein Problem gibt, wenn ich wirklich nur einen eingescannten Ausdruck von einer Ex-Liste habe. Also sowas hatten wir uns wirklich mal überlegt. Auf dem letzten Kongress kam direkt danach ein Blinder zu mir, meinte, ja, hier gibt es das Behindertengleichstellungsgesetz, das besagt, amtliche Informationen müssen halt auch für Sehbehinderte verfügbar sein. Problem ist, die Behörde entscheidet in Deutschland, wie. Das heißt, im Zweifelsfall kriegt man Brei zugesendet und dann ist man auch nicht wesentlich weiter. Aber wir hatten halt auch wirklich überlegt, einfach so einen Satz in den Anfragetext reinzuschreiben, ja, nach Gleichstellungsgesetz schicken Sie es bitte maschinenlesbar zu. Uns war nicht klar, ob das dann, ob jeder Anfragesteller dann automatisch blind sein muss oder ob man das irgendwie vielleicht von einem Blinden, der alle Anfragen stellt, macht. Also wir haben da versucht, um so einen kleinen Hack einzubauen, aber sind da noch nicht genau weitergekommen. Aber vielleicht sollten wir das dann auf jeden Fall nochmal weiterverfolgen. Übrigens, fragt den Staat, AT steht in den Startlöchern. Das ist auch eine Sache, die wir irgendwie nochmal auf den Weg bringen wollten. Wollte ich hier auf dem Kongress machen. Gut, ist das Internet noch zu sprechen? Okay, das Internet hat sich leer gefragt, dann gleich die zwei bitte. Ja, ganz kurze Frage. Du betreibst die Seite ja nicht selbst, sondern die Foundation, habe ich jetzt verstanden. Finanziert sich das auch darüber? Also wie finanziert ihr euch und das kostet ja alles Geld. Braucht ihr noch Geld? Wie sieht es damit aus? Ja, wir brauchen Geld. Wir sind auf Spenden angewiesen. Das Frag-den-Staat-Projekt hat auch einen Spendenbanner da oben auf der Seite. Meine aktuelle Arbeit wird von der Open Knowledge Foundation in Großbritannien finanziert. Also irgendwie so Cross-Channel, also über den kleinen Kanal rüber. Aber wir sind auf Spenden angewiesen. Die Open Knowledge Foundation, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Ihr könnt eure Spenden absetzen. Wenn ihr Frag-den-Staat unterstützenswert findet oder andere Projekte der Open Knowledge Foundation, würden wir uns sehr über eure Spende freuen. Gut, dann jetzt hier bei der Eins, bitte. Sollte man Frag-den-Staat in woanders auch machen wollen und nicht von vorne anfangen wollen, gibt es da eine Möglichkeit, an den Code zu kommen? Ja, also der Code ist auf GitHub. GitHub.com slash Stefan W., das bin ich, slash Freude, also freedomofinformation.de. Freude? Okay. Jedenfalls, da findet ihr der Code, MIT lizenziert, das ist ein Django-Python-Projekt. Es gibt allerdings auch ein Rails-Projekt namens Alaviteli. Die Software steht hinter dem Portal in Großbritannien und hinter noch ein paar anderen Portalen. Also Rails-Entwickler können da hingehen, Python-Jango-Entwickler können da hingehen. Die Software ist auf jeden Fall frei und kann auch überall aufgesetzt werden. Ich nehme auch gerne Hilfe entgegen, wenn es da irgendwie Interesse gibt, mitzuarbeiten. Gut, haben wir noch Fragen im Saal oder im IRC? Ja. Vom IRC von Mohl, gibt es Planungen, welches Bundesland demnächst den IFG verabschiedet? Also Baden-Württemberg steht auf jeden Fall in den Startlöchern. Die Regierung ist da dem halt ganz wohlgesonnen, was man so hört. Alle anderen Regierungen eher nicht. Die sind ja dann eher, sagen wir mal, konservativ dominiert. Und da ist es mit dem IFG-Wunsch nicht so weit her. Thüringen bekommt jetzt ein neues Informationsfreiheitsgesetz, also ein Update. Und das wollte ich auf Frag den Staat hinzufügen. Frag den Staat hat momentan nämlich nur Nordrhein-Westfalen, Berlin-Brandenburg und Hamburg und die Bundesebene. Und Thüringen ist, glaube ich, jetzt das Nächste, was ich da mal reintun werde. Wenn ihr mehr Bundesländer wollt, zum Beispiel euer eigenes, mit Spenden lässt sich das auf jeden Fall beschleunigen. Okay, dann du noch bitte. Die Mitarbeiter, die diese Anfragen auswerten, wie sehr helfen die nach? Also wenn du eine Anfrage stellst, wie vorhin, bitte schicken Sie mir den Bericht, auf den in diesem Artikel verwiesen wird. Sperren die sich dann und sagen, ich weiß leider nicht, was sie meinen? Also es kommt ganz auf die Behörde drauf an. Also diesen Pessimismus, den auch Herr Taus gerade vielleicht so ein bisschen in den Raum gebracht hat, würde ich auch widersprechen. Behörden, es gibt da schwarze Schafe, es gibt da weiße Schafe. Wir wollen halt beide darstellen. Wir wollen die weißen Schafe, also die Schafe, also die Behörden letztlich, die sehr nette Antworten schreiben, auch wirklich ins Rampenlicht stellen. Aber natürlich auch die Behörden, die da etwas unwirsch antworten oder vielleicht gar nicht oder mit vielen Nachfragen antworten, die unnötig sind. Wir wollen beides darstellen und das ist auch ganz unterschiedlich. Ich habe schon sehr viele Geschichten auf Frag des Start gesehen, wo sich Anfragesteller dann bedankt haben, wo sie sich nochmal untereinander, wo sie telefoniert haben, nochmal Details abgesprochen haben. Und das ist sehr schön zu sehen. Aber es gibt natürlich auch viele Anfragen, die hoffnungslos verspätet sind, dann viel zu spät ankommen und dann wurde die Anfrage in der Behörde irgendwo noch verloren gegangen oder so. Kann beides vorkommen. Wir unterstützen aber die Anfragesteller, wenn sowas passiert. Wir geben da Tipps, wie man weiter vorgeht. Und deswegen machen wir das halt auf Frag den Start, damit man da nicht alleine ist. Okay, gut, dann du bitte bei der 2. Bitte auf Englisch? Yes. I'm from Open Data Manchester in England. Hi, yeah, I know some people. Cool. Much of our discussions with the council and the government bodies revolve around economic reasons for sharing data, so rather than transparency and political ones. I wonder if you've experienced anything so new with Frag den Start and if it's, maybe you could say anything about the difference between the approaches and the success. Because we certainly find that unless you can immediately have a developer build an app that shows off the benefit of open data, it tends just to wither and disappear. Yes, this was my point when I talked about open data and freedom of information as a contrast. Basically, our government pushes for economically viable data to be published in their open data portal, but it keeps like the freedom of information on the low, just because freedom of information is, it is possible with freedom of information to get access to data that is valuable in a transparency sense. And open data, in Germany, we don't, for example, we don't have access to our corporate registry. We don't have access to the spending data that our, what our government spends money on. And they talk a lot about open data, but they don't talk about the data we are interested in, the transparency data. And yes, definitely, there's definitely this basically bait and switch. They say open data and then they give you, you know, all the locations of, I don't know, bins in the park or something. And it's data, it's machine readable, it's openly licensed, but I don't give a crap. Okay, hat das IC noch Fragen? Okay, dann du bei der 3, bitte. Ja, ich wollte fragen, ob ihr die Anfragen nur als solche im Portal habt oder ob ihr auch eine Statistik macht, welche Behörden oder welche Ämter besonders gewillt sind, Anfragen zu beantworten. Also so als kleine Nachhilfe zur Transparenz oder zur Mitarbeit. Also wir hatten uns definitiv mal überlegt, quasi unterschiedliche Anfragetexte für die Behörden dann auszuarbeiten. Das heißt, wir ranken die Behörden irgendwie nach irgendeiner Heuristik oder manuell zwischen 1 und 5. Und wer halt eben besonders schlecht gerankt ist, bekommt halt den härtesten Anfragetexten mit den ganzen Paragrafen und ganz vielen Drohungen. Und der Anwalt ist auch schon fast eingeschaltet. Und die Behörde, die halt eigentlich immer eine sehr nette Antwort, kriegt auch eine sehr nette Anfrage. Also das hatten wir uns mal überlegt, quasi da einzuführen. Oder halt auch quasi die Behörden, die besonders garstig immer sind, da den Nutzer direkt zu begleiten und auch immer direkt ein Auge drauf zu haben, wie die Behörde antwortet. Definitiv möglich. Müsste man vielleicht mal die Software einbauen. Vielleicht ist es auch nicht das Killer Feature, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ich dachte eher so an so einen Pranger, so Top 100, Flop 100. Ja, hot or not für Behörden. Also ich meine, wir haben ja schon Anfragen, die abgelehnt wurden. Da kann man vielleicht mal gucken. Letztlich hängt aber die Ablehnung oft dann halt auch mit der Information, die angefragt wurde, zusammen und nicht mit der Behörde. Die Behörde kann nun mal nichts rausgeben, was quasi die internationale Sicherheit betrifft. Das ist vielleicht dann nicht immer richtig, könnte man durchklagen. Aber in vielen Fällen ist das dann vielleicht doch einfach nicht vom Gesetz abgedeckt. Und da kann die Behörde ja auch dann nichts für. Zum Beispiel Geheimdienste. Wenn jemand einen Geheimdienst anfragt, Geheimdienst ist eine Bereichsausnahme. Niemand kann den BND anfragen. Ja, der BND ist komplett ausgenommen. Da kriegt man noch nicht mehr, man kriegt dann nur die Information zurück, dass der BND ausgenommen ist. Mehr kriegt man vom BND nicht zurück. Und der stände da halt ganz schlecht da auf den Anfragen. Vielleicht kann man das irgendwie noch anders kategorisieren. Aber es ist schwierig, so ein Ranking quasi automatisiert zu erstellen. Aber vielleicht, wir sollten mal drauf gucken. Also die Daten sind halt irgendwie öffentlich. Man muss vielleicht mal ein paar genaue Berechnungen machen. Gut, hat noch irgendjemand eine Frage? Das wäre jetzt der Moment, an dem ihr vortreten solltet. Oder im Internet? Ah, perfekt. Ja, von IRC, VI390. Wie wird die Vollständigkeit der Information sichergestellt? Das kann man natürlich nicht. Also die Behörde antwortet und Behörden wollen zwei Dinge machen, wie ich immer schön zitiere. Die wollen erstens wenig Arbeit und zweitens keine Fehler machen. Und die Vollständigkeit widerspricht natürlich der wenig Arbeit. Wenn es natürlich mehr Arbeit ist, vollständig zu machen, aber einen Fehler zu machen. Und das Informationsfreiheitsgesetz ist ein Gesetz. Das heißt, man kann dagegen klagen. Und wenn herauskommt, dass eine Behörde da relativ absichtlich Informationen unterschlagen hat, dann geht es dem Behördenmitarbeiter jedenfalls schlecht. Und er möchte keine Fehler machen. Und deswegen kann man grundsätzlich darauf vertrauen, dass er die Informationen so rausgibt. Und wenn wir dieses Vertrauen nicht haben, dann ist sowieso schon viel zu spät eigentlich dieses Grundvertrauen, dass, wenn wir das Informationsfreiheitsgesetz nutzen und dann Informationen zurückbekommen, dann müssen wir, naja, vielleicht nicht vertrauen, aber jedenfalls müssen wir erstmal damit leben, dass diese Information das ist, was wir bekommen. Alles andere, wenn man weiß, dass da noch mehr ist, dann muss man halt klagen und versuchen, mehr Einsicht zu erhalten. Aber eine Vollständigkeit können wir nicht garantieren und vielleicht die Behörde selber nicht, weil sie gar nicht weiß, was für Informationen sie noch hat. Sie sind auch oft sehr unsortiert. Gut, war es das jetzt mit ISI? Wo sitzt das Internet überhaupt? Das Internet sitzt da in so einem dunklen Zimmer, aber da sollte man nicht reingehen, das ist nicht gut. Kenne ich. Ja, da sind Katzen und so, das ist komisch. Gut, also wenn keiner mehr eine Frage hat, dann vielen Dank an Stefan und einen Applaus für ihn bitte. Vielen Dank.